Hindernis was ist ganz nice. Oh, wieder ein Sprung! Woppa! Oh, du bist hinter mir! Yes! No! Oh mein Gott! Ich bin nicht erschlagen als! Wo bist du denn? Du bist weggefahren? Ich bin in der Garage, ich hab meinen Monster Truck abgelegt. Der ist so fett, der Monster Truck, den mag ich. That's what she said. Alright, 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 Leute. Willkommen zu einer weiteren Runde Grand Theft Auto Lauch. Und ich hoffe, das crasht nicht. Wir haben richtig Probleme mit Crashing. Komm, Baro, steig in meinen Posi. Ich hab kein Problem mehr. Kann ich in dein Monster... Kann ich in dein Monster... Kann ich hinten drauf, die Ladefläche? Versuch mal. Yes! Ich bin in der Ladefläche. Nein! Ich hab ne Posi hinten drauf. Kann ich mich auf die Ladefläche irgendwie festhalten oder so? Aua, Auge, fahr vorsichtig. Nein! Ich find's lustig, komm nochmal. Das geht doch bestimmt, das geht doch bestimmt. Dass ich mich festhalte. Man kann doch irgendwie schleichen auch. Nehm mal Deckung, nehm mal Deckung. Mit RB, mit RB. Ah ja. Das geht nicht. Du hast LB gedrückt. Ich hab eins gedrückt. Ich hab eins gedrückt. Aua! Nein! Ah! Oh, der Bauer will mich. Der Bauer will mich. I got him. Brutal! Einfach abgeschnachtet ohne Grund. Ne, komm ich steig bei dir. Ne, jetzt fahren ist noch Buggy. Ich fahr selber. Ey! Ja, wohin wollen wir überhaupt fahren? Wollen wir ein Rennen machen? Wollen wir nicht mit eins Rennen starten? Ja, da oben links ist eins. Lass mal da hinfahren. Wir können einfach schnell... Oh, oh, ne, da ist ein Typ, der ist ein Typ davon schießt. Dann lass uns schnell zu einem Rennen fahren. Da oben ist eins. Hier im Norden. Ne, lass ein Custom Rennen einfach machen. Custom willst du? Ja, dann such eins aus. Wir können auch so übrigens schnell joinen bei dem Rennen. Dann fahr's mal weg von den Tüten. Dann gehen wir in den Custom Rennen. Ich denk mir nicht eins, das heißt deine Mutter. Das sah vielversprechend aus. Ich hab mal ein bisschen gescoutet, wie die Rennen so sind. Und deine Mutter hatte Potenzial. Deine Mutter ist bestimmt entdeutschend. So, äh, so. Crew, äh, ne, was ist... Drops... Ich weiß nicht, das ist... Hindernis, was? Wer wird Rennsport zum Volkskontaktsport? Was? Wär das geschrieben? Irgendwann zwölfjähriger bestimmt. Oh, oh, die Autos. Fucking nice. Ich bin Edda. Edda? Nee, 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 nee. Ich nehm mal den, äh... Ich nehm mal den Entenity. Ja, ich nehm Edda. Entity mach ich. Fortfahren. Wetten. 2700 auf mich. Go. Alter, wie viel geile Autos es gibt hier. Ich mach den Sentoro. Den Sentoro sieht geil aus. So ein geiler Dude. Okay, 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 okay. Ich hab nicht alles gelöscht, glaub ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich nehm Wichser als Gewinneraktion. Alright, alright, alright. Hier. Spiel. Go. Wie, du machst das jetzt? Machst du das jetzt? Ich hab das schon alles gehabt, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, deine Mutter. Deine Mutter. Das war Hindernis was. Das war Hindernis was. Das war Hindernis was. Weil deine Mutter ging nicht. Guck dir mal ein geiles Auto an, Alter. Garte Boost Boys. Yeah, yeah, yeah. Und stable. Hoffentlich. Hoffentlich. Okay, okay. Das ist die erste Custom Map. Oh, die kommt von rechts. Ja. Ich hab den Checkpoint verpasst. Valid und mich nach rechts abgericht. Sam. Du Idiot, warum machst du das? Okay, okay. Sprung, 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 sprung. Egal, ich hab... Wow. Holy... What? Okay, okay, okay. Das ist die erste. Oh, ein Sprung, ein Sprung. Wuppa. Wuppdi-duppdi. So. Das ist echt ein Sound für'n Sprung. Wuppa. Hast du nichts männlicheres um Rappersparen? Fick dich, ich bin ne Frau in diesem Spiel. Okay, ich war bei Windschart noch den ganzen Scheiß eingestellt. Das heißt, ich müsste... Oh, achten, es geht rechts. Hoffe ich. Der ist nämlich rechts gefahren. Ja, es geht rechts hoch. Oh, zwischen den... Oder ne, der ist einfach so. Der ist einfach so rechts gefahren. Es geht nicht rechts hoch. Es war ne Abkürzung. Das war keine Abkürzung. Das war scheiße. Shit, shit, shit. Ich krieg den nicht. Wieso krieg den nicht? Ich hab doch alles drin, um den zu holen. Ich bin schon an dem Scheiß. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, ich hol auf. Ich hol auf. Ich hab dich gleich. Ich hab dich gleich. Oh, ich bin gleich da. Ich mach mal innen an sich, bitch. Wenn der Außen an sich... Okay, okay. Von hinten. Oh. Oh. Oh, der Jump. Yes. Wow. Das ist ein männlicher Schrei. Für den Jump. Holy shit, das geht so ab, das Rennen. Das wird auf jeden Fall ne gute Bewertung. Das ist richtig geil. Jump, 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 jump. Wuppa. Kommt der. Kommt rechts. Oh shit, shit. Ich wollte ihn drehen und hab mich selber... Nein. Shit. Oh, das ist cool. Euer seid so weit weg. Nein, nein. Okay, ich hab voll verpackt. Ich hab voll verschissen. Ich hab voll verschissen. Der Silberne bist du, ne? Wow. Wow. Ja, aber das... Das ist die erste Map, die ich online finde. Die Custom-Stell, die richtig geil ist. Ja, die ist nett, die ist nett. Macht Lorna. Die eigene Impulse hat. Weil sonst was immer nur so Rundfahrten. Die ist geil. Die kriegt drauf hin. Merkt euch, äh... Hindernis was ist wirklich ganz nice. Oh, wieder ein Sprung. Wuppa. Oh, du bist hinter mir. Yes. No. Oh mein Gott. Ich bin nicht verschlagen, halt. Oh. Du musst mal bei mir reingucken. Ich hab grad so perfekt die Wendung gemacht. Alter. Oh, okay. Wow. Okay. Shit. Oh, Achtung. Oh ja, beide gecrashed. Nee, man muss in New-Turn, man. Es geht zurück, es geht zurück. New-Turn, New-Turn. Oh, ja. Shit, aber den Typen holen wir noch. Den holen wir noch. Ich hab was besseres Auto als jeder auf jeden Fall. Kann man eigentlich schneller, wenn man nach vorne drückt? Nein. Aber du kannst A drücken, dann bückst du dich. Wie, dann bück ich mich? Im Auto bückst du dich dann. Okay, okay, Stan. Oh, die Map ist gut, die Map ist gut. Schat... Und zu dritt hat's auch ein bisschen fast in the Furious-Feeling, ne? Ja, am besten ist es ja noch mit Mochman-Leuten. Aber so zu dritt hat's schon... Also drei ist so mindestens. Hast du den Film Need for Speed geguckt? Äh, nee. Ich hab ihn gleich... Oh, ich bin gleich in Luft. Wow! Wow! Woppa! Ich hab mich wieder... Oh, shit. Ich hab mich fast gedreht. Nein. Oh. Dein Hopper ist so unmäh... Oh, shit. Du musst auch bei mir dran. Shit. Ich lass dich vorbei. Ich lass dich vorbei. Ich ramm dich nicht. Ich lass dich vorbei. Yeah! Und jetzt noch ne fette geile Mucke hinterlegen und das Ding ist... Da sag ich nicht nur um deinen Windschatten auszunutzen. Der Windschatten ist mächtig. Der ist richtig mächtig. Wow! Er springt nicht. Ich spring auf ihn. Ich spring auf ihn. Wow! Komm Windschatten. Bitch. Ich spring vorbei. Ich spring vorbei. Ich spring vorbei. Alter! Wow! Was zum Glück, ey! Das ist aber... So! Wow! Wow, wow, wow! Paulus, dreh mich nicht. Dreh mich nicht. Dreh mich nicht ab. Dreh mich nicht ab. Woppa! Wow! Wow! Nein! Was? Der hat einen Überschlag gemacht. Der hat einen Überschlag. Der ist über mich gefloggt. Der vorstieg! Ich gewinn! Nein! Ich gewinn! Ich bin Zweiteil! Ich bin Champion! Bitte, 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 bitte! Du gewinnst, du gewinnst, du gewinnst. Mit dem Jump endet. Du gewinnst. Swag! Yes! Wuhuu! Yo, sau-nices Rennen. Das war ein sau-nices Rennen, ey. Ich fand's geil. Lob an den, der es erstellt hat. Richtig geil. Hindernis war's. Mega Ding. Ich krieg 12 4 Abhandpunkte. Ich hab 15 gekickt. Das war ein geiles Rennen. Level 5. Swag! Mit deinem Fett-Move, ey. Mit deinem Fett-Move, ey. Mit deinem Fett-Move, ey. Was wollte ich sonst machen? Ja, boah. Oh, du bist ne Lauchstange geworden. Gefällt gut. Gefällt gut, ey. Auf jeden Fall. Du hast runtergebroht, ey. Ey! Ich dachte, X wär hoch. Wie hast du runtergebroht? Ich dachte, X wär hoch. Okay, sind das jetzt auch alles Custom-Dinger? Lass mal unten links machen. Motorradrennen. Bis zur Basis. Ganz unten links. 87 Prozent, ja. Ich hoffe, die sind alle Custom. Ansonsten weiß ich nicht, aber... Erstellt von Rockstar, ne. Die ist nicht so Custom. Aber egal. Wir sind noch neu. Lass uns rumprobieren. Ja, aber das Rennen war geil. Das Rennen war geil. Das Rennen war geil. Noch ein Rennen. Yo! Das war ein nices Rennen. Was findest du an meinem Woppa? Scheiße. Woppa! 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 Das ist wie jetzt, ob du auf so'n Fischmarkt bist und irgendeine Fischenmenge wirst. Woppa! Aber wir haben Spaß. Wir haben Spaß. Guck. Endlich mal. Leute, vielleicht Tipp an alle. DxTory klappt nicht so gut. Ne, mit DxTory könnt ihr nicht aufnehmen. Hoffentlich. Ich hab einen Rechner in den Stall gemacht, weil ich hab für so einen Stunden Puff raus. Kann auch sein, ja. Hängst du auch gerade im Bildschirm? Ich hab gerade im verwaschenen Bildschirm, ja. Ich hab auch im Verwaschen. Ah, okay. Wow, das ist ja voll. Bist du drin? Ich bin auch nicht drin. Jetzt bin ich drin. Du bist doch beigetreten, beigetreten. Du bist auch drin. Shit, das ist echt voll. Shit. Okay, wir sind einfach jetzt rein im Eigen... Au, krass. Alter, mit 16 Leuten rennen. Gerade waren wir drei und das war schon Chaos. Das wird ein Chaos. Stell dir mal die Map von eben vor mit 16 Leuten. Stell dir mal die Map von eben vor mit 16 Leuten, die alle in unserer Lauchcrew sind. Das wäre nice. Mit 16 Zuschauern zusammenspielt. Das wäre mega geil. Jointer Crew Lauchstangen, Leute. Die ist nice. Die hat Wichser als Kampf-Move. Wir machen auch Community-Events und alles wirklich. Man kann super gut Community-Events eigentlich machen, ne? Ja, nicht wie den, der nimmt da rein. Guck mal, wie viele Splasher hier mit Controller spielen. Wir und zwei andere. Mit Controller kann man auch viel besser Auto fahren. Ja wirklich, wer macht das denn ohne? Das ist aber schlecht. Also ich hab mal mit der Satur viel versucht zu fahren. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht zu fahren, ey. Mit Controller. Aber du bist mir richtig euphorisiert vom Rennen gerade. Das war saugeil. So, welchen Bike nimmst du? Äh, welchen... Oh, man kann auch einen Squad... Ne, das ist scheiße. Okay, ich nehm den Cabone RS. Ich nehm wieder das Akiraba, das Hakucho. Das ist Cabone... Oh, nein. Film drauf nicht. Hakucho. Ich hab ein Dislike für die Map gegeben. Ich dachte, X wäre Like. Ich dachte, X wäre Like. Ey, oh, ich hab auch noch auf mich gewettet und gewonnen. Das ist geil. Ich wette jetzt aber nur 300 auf mich. Ja, ich glaub nicht, dass ich das gewinne. Dafür bin ich so schlecht. Aber ich seh richtig stylisch aus, Mann. Ich wette das. Ich bin so gespannt, wie das ankommen wird bei euch, die ganzen Videos. Weil ich hab so viel Spaß beim Aufnehmen bei GTA. Deswegen hoffe ich, dass es... Du hast ein bisschen zu viel Spaß. Du ballast mich immer wieder ab, wenn wir anfangen. Denk an den Boost. Bei 0 musst du drücken. Hast du einen Boost schon mal gehabt? Ja. Da geht sein Bildschirm so kurz. Blau, ne? Shit, guck mal, wie viele hier sind. Oh, du bist vorne. Du bist vorne. Mein Tipp für dich, ähm, wird... Halt dich raus aus der Spitze. Die werden sich nämlich alle weg am Anfang. Eins. Nur. Boost, Boys. Oh, ich geb den Tipp und geh direkt weg. Du bist der Erste. Ey. Nicht abdrift. Oh, das bist du. Okay, okay. Warte, wir machen Team, wir machen Team. Oh, 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 oh. Wow, der ist einer auch nicht getrefft. Oh, der ist abgetrefft. Der ist weg. Du bist auch gegen den Sternenmast gefallen. Nein, bin ich nicht, bin ich nicht, bin ich nicht. Ich bin gut, ich bin gut. Wow. I'm cool, I'm cool. I'm cool. Ich bin Zehnter. Oh, Bike-Rennen sind geil. Bike-Rennen sind geil. Einer ist hinter mir. Bike-Rennen sind geil. Einer ist hinter mir. Einer ist direkt hinter mir. Wow. Ich hab den Checkpoint verpasst. Nein. Nein, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Oh shit. Okay, Bike-Rennen ist... Oh shit, ich bin Letzter. Nein, ich bin gegen Auto geknallt. Ich bin Letzter. Nein. Ich wurde voll überrollt. Nein. Ich wurde voll überrollt. Wo bin ich? Es reicht sich auch ganz anders als ein Auto, ne? Ja, ja. Es ist total anders. Darfst du nicht crashen. Darf man nicht zu sehr pacen Autobahn, ne? Okay. Ja! Das Kurvenfield. Wo bist du, wo bist du? Ich bin Elfter. Ich arbeite... Ich erhole das Feld nicht mehr. Ich bin Zehnter. Du bist hinter mir. Du bist direkt hinter mir, ne? Okay. Ja, da bist du. Wheelie! Du hast einen Wheelie? Wow! Oh nein! Ich bin von mir gesprungen. Warte! Fuck! Ich bin runter. Bike rennen. Shit, ey. Oh, oh, wir müssen hier sprengen. Woppa! Ich bin so weit... Oh, du... So weit bin ich noch nicht. Oh Gott! Okay, ich hab einen richtig schlechten Kontroll, weil ich nicht einmal gebremst hab bis jetzt. Warum bremsst du nicht? Wow! Ich mach'n Duplink. Gut, dass man in der Luft noch sterren kann. Oh, ich glaub' das wird nix. Ich bin neunter. Ich bin neunter. Aber auch... Ich bin elfter. Aber sau nice map trotzdem. Die ist nett. Die... Die ist taktisch. Die ist... Perfektionistisch. Wie oft bremsst du so? Äh... Bei jeder schwerer Kurve. Okay, ich hab noch nicht einmal gebremst. Warum nicht? Ja gut, Gas loslassen geht auch, ne? So, ich bin wieder auf der Straße. Auf Asphaltstraße. Yeah! Boah, ich bin noch auf so nem Scheißweg. Welchen Platz bist du? Äh, neunter. Immer noch. Aber ich hol' auf, ich hol' auf. Wuppa! Siehst du, du wirst das aufmachen. Du wirst das aufmachen. Oh, ich bin schon am Ziel. Scheiße. Shit. Ich bin neunter. Shit, 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 shit. Zwei Rennen. Caro, wo bist du? Come on. Oh, guckst du mir zu? Nein. Ich bin jetzt wieder auf der Straße gleich. Jetzt. Jetzt guck ich dir zu. Jetzt bist du auf der Straße. Oh, shit. Oh, ich geh' jetzt in die Cinematic-Ansicht, bitch. Ich geh' in die Cinematic-Ansicht. Oh, ich hab'n Gegner. Ich mach' noch'n Filter drauf. Yeah. Ah, ich geh' nicht mehr. Oh, die Filter. Oh, du bist nicht mal ans Ziel angekommen. Doch. Doch? Elfter. Aber bei mir bist du noch nicht mal so weit gewesen. Ja, dann leckt das halt noch. Elfter. Egal. Drei Japan-Punkte. Die war auch nett. Die war auch nett. Die war nett, aber die war schwer. Nicht so geil wie die Erste, aber die war nett. Die war schwer. Aber ich würde... Sein Move, ey. Wettverlust 200 Schritt. Das wette ich auch, hoffentlich. Gefällt gut. Y. Gefällt gut. Y ist dir gleich. Alright. Alright. Das war die... Eine weitere Folge von Grand Theft Lauch. Wir haben da ein paar recht coole Rennen gemacht. Rennen. Ein paar Whoppers hingekriegt und... Ich hoffe... Oh, kaufe Munition. Linker Stick. 1200 kannst du Munition kaufen. What? Linker Stick kannst du runterdrücken. Keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall, Leute. Ich hab' so viel Bock. Vielleicht mach' ich das dreimal die Woche GTA. Vielleicht mach' ich in einem Tag zwei Videos. Sollen wir raus? Sollen wir erst mal raus? Äh, wir gehen erst mal raus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dann. Ciao. Woppa.